Hey, 2019 wird ja so langsam richtig warm. In der Winter Season laufen Serien, die nicht besser sein könnten. Und in den folgenden Season kommen noch starke Serien sowie Fortsetzungen auf uns zu. Und deshalb gibt es heute ein Video zusammen mit dem guten Flo, wo wir euch Anime-Serien aus den Jahren 2019 empfehlen werden. Unter anderem auch Serien aus der aktuellen Winter Season. Insgesamt sind es 20 Anime-Serien, die wir euch empfehlen. 10 auf meinem Kanal und 10 Serien auf Flo's Kanal. Sein Video ist natürlich dann direkt ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut auch nach diesem Video direkt bei ihm vorbei. Zu dem kann ich halt noch sagen, los geht's. Danmachi 2. Danmachi 2 ist die zweite Staffel von Danmachi, welche 2015 mit 13 Folgen gelistet wurde und auf Anime on the Mount verfügbar ist. In Danmachi handelt es von Menschen und Göttern. Diese Götter stiegen aus dem Himmel auf die Erde hinab und fingen an unter den Menschen zu leben, da ihnen die menschliche Kultur gefällt. Der Nachteil dabei ist, dass diese Götter auf einen Teil ihrer Kräfte verzichten müssen. Mit der Zeit begannen diese Götter, die Menschen in ihre eigenen Familien aufzunehmen, damit sie auch weiterhin den normalen Lebensstandard auf der Erde ausleben können. Diese Menschen, die in den jeweiligen Gottesfamilien aufgenommen wurden, waren ab sofort Spieler eines realen Rollenspiels und begeben sich auf Abenteuer, wo sie Monster bekämpfen müssen. Der Protagonist mit dem Namen Belle Cronel, der eine Begegnung mit einer Götting namens Hestia hatte, wurde von ihr in ihre Familie aufgenommen. Unser Ziel ist es nun, der größte Abenteuer in dieser Serie zu werden. Diese Serie ist meiner Meinung nach eine Empfehlung für Fans des Fantasy- und Abenteuergenre, die vielleicht neben Anime wie Sword Art Online, Magi oder Lock Horizon noch eine zusätzliche Lücke für einen weiteren Anime besitzen. Wann die zweite Staffel 2019 an den Start gehen wird, ist noch unbekannt. Jedoch wird im Februar dieses Jahres ein Film erscheinen, der an der ersten Staffel anschließt und ist somit als Lückenfüller zwischen der ersten und zweiten Staffel perfekt geeignet. Für Fans der Serie Nisekoi, die immer noch auf eine dritte Staffel warten, gibt es leider keine tolle Infos. Dennoch bekommen wir im April 2019 die Anime-Serie We Never Learned, der vom gleichnamigen Manga-Abstand. Der Schüler Yuiga Nariyuki möchte unbedingt ein Stipendium von seiner Schule haben, damit er seine Familie so auch unterstützen kann. Da er halt weiß, dass seine Eltern sich das nicht leisten können. Der Schulleiter verspricht ihm unter einer Bedingung das Stipendium zu geben, indem er die weiblichen Genies Nachhilfeunterricht gibt, damit die ebenso auf ihren Traumcollege gehen können. Das Mädchen Fumino Furuhashi ist ein Genie, wenn es um Literatur geht und Riso Ogata kennt sich gut in Wissenschaft aus, wo sie natürlich ebenfalls ein Genie ist. Doch dort gibt es nur ein Problem, denn Fumino möchte einen Abschluss in Wissenschaft haben, wobei Riso einen Abschluss in Literatur haben will. Und beide fallen einfach nur immer in diesen Fächern durch. We Never Learn ist eine romantische Komödie. Die Serie kann ich dir beim Weiten empfehlen, wenn du Fan von Nisekoi bist. Im Alltag kommen dessen natürlich noch weitere weibliche Charaktere auf Yuiga dazu. The Rising of the Child Hero The Rising of the Child Hero ist eine Light-Novelle, die im Januar dieses Jahres einen Anime, die mit 25 Folgen gelistet ist, erhalten hat und auf Crunchyroll verfügbar ist. The Rising of the Child Hero ist in Japan sehr beliebt, Leute, und auch hierzulande im stetigen Aufwärtstrend. Hier handelt es sich um einen Student, der in der Bibliothek ein Buch mit dem Titel Traktat der Waffen der Vier Heiligen lesen wollte, ohnmächtig wurde und in das Buch eingesogen wurde. Somit ist er also ein Teil der Geschichte des Buches geworden und seine Aufgabe als einer von vier Helden ist es das Beschützen des Königreichs vor einer großen Gefahr. In dieser Geschichte, wo wie bereits erwähnt vier Helden existieren, ist der Protagonist Naofumi der Held des Schildes, neben den anderen drei Helden, die jeweils ein Schwert, ein Speer und einen Bogen besitzen. Mit nur diesem Schild muss er also als Anführer eine Truppe zusammenstellen und die Welle bekämpfen. The Rising of the Child Hero ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte mit einer interessanten Handlung. Mir persönlich gefällt der Anime sehr, weil wir Naofumi auf ein Abenteuer begleiten, welches für ihn von Null an beginnt und er sich Dinge wie Geld, Skills, Items und auch neue Teammitglieder alles noch beschaffen muss. Ein sehr spannender Isekai-Leute, den man wirklich mit Freude verfolgen kann. Das Spezielle ist, dass die erste Folge ganze 40 Minuten lang dauert, jedoch durchgehend sehr interessant und packend ist. Auf jeden Fall empfehlenswert für Fantasy, Action und Isekai-Liebhaber. The Promised Neverland Einer der wohl am meisten gefeierten Werke dieses Jahres und einer der besten Schonen überhaupt. The Promised Neverland genießt zur Zeit weltweit extrem große Beliebtheit und überzeugt mit seiner raffinierten Horrorgeschichte die ganze Anime-Welt. The Promised Neverland, welcher seit diesem Jahr nur auf Wakanim verfügbar und mit 12 Folgen gelistet ist, handelt ohne große Spoilern um die drei Protagonisten Emma, Norman und Ray, die mit vielen anderen Kindern im Waisenhaus Gracefield Haus aufwachsen. Die Pflegemutter, die stets sehr liebevoll mit ihren Kindern umgeht und ein riesiges, jedoch abgesperrtes Grundstück besitzt, kümmert sich um die Waisenkinder, bis sie das Haus aufgrund gefundener Adoptiveltern verlassen können. Bis dahin müssen sie täglich Lerntests absolvieren und genießen eine schöne gemeinsame Zeit miteinander. Doch nun taucht die Frage auf, wie es wohl hinter dem Waisenhaus ist, wieso alle Kinder am Hals eine Nummer aufgedruckt haben und was mit den Kindern geschehen ist, die das Waisenhaus verlassen haben. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, was hier beginnt, Leute. Die Story und auch der Anfang der ersten Folge beginnen sehr schön und ruhig und es wirkt, als wäre alles in bester Ordnung. Doch der Schein trügt, Leute. Ich empfehle jedem Anime und auch Mystery- und Horror-Fan, diesen Anime zu verfolgen, falls man so eine fantastische Geschichte nicht verpassen möchte. Der älteste Sohn Tanjiro Kamado lebt mit seiner Familie in Japan, genauer gesagt in der Taisho-Ära. Tanjiro verdient seinen Lebensunterhalt durch den Verkauf von Holzkohle. Als Tanjiro einst nach Hause gekommen ist, musste er feststellen, dass Allah seine Familie von einem Dämonen umgebracht wurde. Nur seine Schwester Netsuko ist die einzigste Überlebende. Aber nach dem Vorfall hat sie sich selbst in einen Dämonen verwandelt. Um seine Schwester wieder heilen zu können, begibt sich Tanjiro nun auf die Reise und so will er auch den Dämonen umbringen, der sein Leben ruiniert hat. Kimetsu no Jaiba ist mit Abstand einer meiner Lieblings-Fighting-Schunen-Serie aus den letzten Jahren. Die Serie bietet natürlich viel Action und ein interessantes Pacing. Der Anime soll im April dieses Jahres an den Start gehen, der von Ufotable produziert wird, die ja bekannt unter dem Fate- oder auch Tales of Serien sind. Zum Anime werde ich auch noch Reviews auf meinen Kanal bringen. In Tokio gibt es das Problem, dass Menschen plötzlich in Flammen aufgehen und zu Flammenwesen werden. Um diese Wesen zu bekämpfen, gibt es das Feuerwehrbekämpfungsteam, auch genannt die Fire Force, die immer in der Nähe ist, wenn jemand in Flammen aufgeht. Zudem bekommt das Team Unterstützung von dem Protagonisten Shindra Kusakabe, der selbst mit Flammen an den Füßen in einer Geschwindigkeit wie eine Rakete rennen kann. Das Ziel ist jedoch, die Quelle zu finden, warum die Menschen eigentlich entzünden. Der Anime wird von David Production produziert, bekannt ist nur, dass die Serie noch dieses Jahr an den Start gehen wird. Fans von Soulita können hier das nächste Werk des Manga-Casts Atsushi Okobo anschauen. One Punch Man, Saitaman, der wohl lustigste Superheld der Anime-Geschichte, dessen Glatze mehr glänzt als unsere Zukunft, kehrt mit einer zweiten Staffel One Punch Man ab diesem April zurück. Die einzige größere Änderung ist aber einfach, dass die zweite Staffel von One Punch Man nicht mehr von Madhouse animiert wird, sondern von JC Stuff, die unter anderem auch Food Wars animiert haben. Saitama dein Hobbyheld war und so lange trainierte, bis er jegliche Monster in der Stadt namens Zed, in der er lebend mit einem Schlag vernichten konnte, trat in der ersten Staffel zusammen mit Janice der Hero Association bei, wo es unzählige Superhelden gibt, die in unterschiedlichen Stärkeklassen eingeteilt sind und erledigen Monster, die ebenso in verschiedenen Stärkestufen eingeteilt sind. Nun kommt im April eine weitere Action mit Saitama und Janice, jedoch wahrscheinlich nicht mehr mit solch einer krassen Animation wie bei Megastudio Madhouse. One Punch Man sollte aber auch für die meisten bereits ein bekannter Begriff sein, Leute. Auf jeden Fall ein sehr lustiger Anime mit geiler Action und vielen verschiedenen Superkräften. Dient also als die perfekte Unterhaltung für Fans mit Fokus auf Action und Comedy. Winland Saga Der wohl meist erwartetste Anime der nächsten Jahre, Leute. Animationstechnisch können wir auf jeden Fall bereits Großes erwarten, da das Werk von keinem geringeren als dem Witch Studio animiert wird, welcher unter anderem Attack on Titan animiert. Gute Animation trifft ihr also auf eine emotionale, packende Story, die uns Einblick ins frühe 11. Jahrhundert oder um genauer zu sein ins Zeithalter der Wikinger bietet. Der Protagonist mit dem Namen Thorfinn, der der Sohn eines Wikingers ist und eigentlich ein normales, ja vielleicht sogar angenehmes Leben mit seiner Familie verbringt, erleidet ein schreckliches Schicksal. Sein Vater wird von einem Mann namens Askeladd getötet. Thorfinn sehen du nach Rache, jedoch ist seine Vorgehensweise anders, als man zuerst vermutet. Denn anstatt, dass er Askeladd gegenübersteht, schließt er sich seiner Truppe an, um ihm irgendwann in einem fairen Duell gegenüberstehen zu können. Eine historische, spannende Reise durch die Zeit, die schwere Gewalt, viele Emotionen und eine verdammt packende Story bietet. Ein absolutes Muss, Leute, für jeden Anime-Fan meiner Meinung nach. Und durch das Witch-Studio bekommen wir nicht nur eine fantastische, realitätsnahe Geschichte, sondern auch ein Fest für die Augen. Der Start des Anime wird noch in diesem Jahr stattfinden, jedoch ist der genaue Starttermin sowie die Folgenanzahl noch unbekannt. Sehnlich sicher wird im Sommer oder im Herbst dieses Jahres starten und wird auf Amazon Prime verfügbar sein. In den letzten Tagen wurde auch ein Trailer zum Anime veröffentlicht, sowie weitere Details zum Cast und der Produktion. Der Oberschüler Natsu ist schwer verliebt. Und das sind seine Lehrerin Hina, die natürlich nicht mit Oberschüler ausgeht. Doch in einem Moment trifft er auf das Mädchen Rui. Die hat nämlich eine Bitte an ihm. Sie fragten Natsu, ob er bereit wäre, mit ihr zu schlafen. Denn Rui würde gerne erfahren, wie sich Geschlechtsverkehr anfühlt. In diesem Moment verloren auch beide ihre Jungfräulichkeit. Wobei Natsu sich mit Schuldgefühlen auseinandersetzen muss, da sein erstes Mal mit einem Mädchen war, die er nicht mal kannte, bezüglich auch seinen Gefühlen zu seiner Lehrerin. Dazu war das nicht mal genug, denn sein Vater macht ihm auch noch klar, dass er wieder heiraten wird und die Familie der Verlobten bei ihm einziehen soll. Als die Verlobte plötzlich zu Besuch kamen, waren auch ihre Töchter dabei, unter anderem auch seine Lehrerin Hina. Und als das nicht mal genug war, ist die zweite Tochter Rui, das Mädchen, mit der Natsu eine Nacht verbracht hat und die mit Hina verwandt ist. Ich sag mal so, wenn du die Serie jetzt ganz rich super fandest, bist du hier bei Domestic Nakanojo auf jeden Fall richtig. Seit Januar 2019 läuft die Serie hierzulande im Simulcast auf Anime on Demand. Mob Psycho 100 Staffel 2 Die zweite Staffel von Mob Psycho, eine Story, der vom selben Autor wie der von One Punch Man stammt, startet im Januar dieses Jahres auf Crunchyroll und ist mit 13 Folgen gelistet. Animiert wird der Anime von Studio Bones, die unter anderem auch My Hero Academia animiert. Jedoch ist Mob Psycho logischerweise eine völlig andere Story wie die von One Punch Man. Und zwar handelt die von einem Teenager mit dem Namen Shigeo Kageyama, alias Mob, der übersinnliche Fähigkeiten besitzt. Er ist Schüler einer normalen Schule, jedoch besitzt er selbst übersinnliche Fähigkeiten, die er als Praktikant bei einem Exorzisten nutzt, um Geister zu vertreiben und um zu lernen, seine Kräfte zu kontrollieren, damit er keinen Menschen verletzt. Neben der Arbeit bei diesem Exorzisten geht er normal zur Schule, wo er probiert ein ganz normales, einfaches Leben zu führen und wo er auch mit alltäglichen Dingen wie Hausaufgaben, Hausarist und Taschengeld konfrontiert wird. Sowie versuchen möchte er einen Schwarm für sich zu gewinnen. Das einzige was ihn von einem normalen, einfachen Leben abhält, sind jedoch eben genau seine Fähigkeiten und diese nicht ohne Leute. Denn wenn Mob emotional wird, dann steigt sein Parameter um prozentuale Anteile und wenn dieser Parameter den Wert 100 erreicht, dann geht die Post ab. Staffel 2 wird diese Story und Mobs Leben fortsetzen und mal schauen, ob er es in Staffel 2 schafft, ein Rohr bei seinem Schwarm zu verlegen. Eine Action-Comedy mit schönen Animationen, die zur Zeit eine große Beliebtheit genießt, Leute, und die für Fans, die sich viel Comedy, jedoch auch Emotion und Deepness in einem Anime wünschen, sehr empfehlenswert ist. Wie natürlich gesagt, waren das nur 10 Anime-Serien auf meinem Kanal. Das Video von Flo findet ihr natürlich in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. In der Videobeschreibung habe ich auch nochmal jede Serie verlinkt, die man schon anschauen kann. Beispiel Quantschewogel, Wakanim und so weiter und so fort. Natürlich geht auch nochmal ein Dank an Flo raus. Spaß war auf jeden Fall immer dabei, als wir immer dran gearbeitet haben. Danke nochmal an dir. Schreibt doch mal in die Kommentare, auf welche Serie du dich im Jahre 2019 freust. Wenn euch dieses Video noch gefallen hat, dann lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da. Und zu dem kann ich halt noch sagen, macht's gut, bis bald und ciao. Bis zum nächsten Mal.